Hallo zusammen, mit dem gleichen Sauergräbteig kann man panierte Zucchini zubereiten. Davor benötigen wir zwei Zucchini. Erstmal schneiden Sie die Zucchini etwa halb Zoll Scheiben. Die Zucchini im Teig marinieren. Fetten Sie die Fahne und die Zucchini in die heiße Fahne geben. Beide Seiten braten und heiß servieren. Bitte teilen Sie mit Ihrem Feedback, wie es geschmeckt hat. Vielen Dank!